Für Gerardo Seohane wird das kommende Heimspiel gegen Heidenheim, Samstag, 15.30 Uhr im Borussia-Park, zum Schicksalsspiel. Der Druck auf den Trainer von Borussia München Gladbach wächst nach einer Reihe enttäuschender Ergebnisse und das Spiel gegen den Aufsteiger markiert den Beginn entscheidender Wochen, die möglicherweise über seine Zukunft im Verein entscheiden. Nachdem Gladbach zuletzt mit 1 zu 2 gegen den FC Augsburg verloren hat, ist die Geduld bei den Verantwortlichen um Sportdirektor Roland Wirkus aufgebraucht. Wie in einem Bericht von BILD beschrieben, wurde in einem Krisengespräch während der Länderspielpause deutlich, dass die Erwartungen an Seohane nach 40 Spielen, in denen die Fohlen nur 40 Punkte sammeln konnten, nicht erfüllt wurden. Besonders die Art und Weise der jüngsten Niederlage hat zu scharfer Kritik geführt. Seohane selbst räumt ein, dass im letzten Spiel gegen Augsburg vieles schiefgelaufen ist. Wir haben versucht, das sachlich aufzuarbeiten und kritisch zu hinterfragen, was in Augsburg gefehlt hat und welche Fehler wir in der gesamten Entwicklung gemacht haben, erklärt der Trainer offen. Ein Hoffnungsschimmer könnte die Rückkehr von Frank Honorat sein. Der Flügelspieler steht nach einer Wadenverletzung wieder zur Verfügung und soll für neue Impulse sorgen. Seohane setzt zudem auf intensive Einzelgespräche, um das Team wieder auf Kurs zu bringen. Wir haben letzte Woche versucht, durch Gespräche mit den Spielern die Situation aufzuarbeiten. Ich habe das Gefühl, dass alle wieder voller Energie sind, um jetzt anzugreifen, betont Seohane. Auch das Trainerteam hat die letzten Tage intensiv genutzt, um kritisch zu reflektieren und neue Ansätze zu finden. Besonders interessant ist der Verlauf der bisherigen Saison von Gladbach und Heidenheim. Beide Mannschaften kennen bislang nur Hopp oder Topp. Während Gladbach zwei Siege und vier Niederlagen aufweist, hat Heidenheim drei Siege und drei Niederlagen auf dem Konto. Ein Unentschieden gab es in dieser Saison für beide Teams noch nicht. Diese Alles-oder-nichts-Mentalität passt perfekt zu den anstehenden Endspielwochen für Seohane, in denen er dringend Erfolge braucht, um seinen Posten zu sichern. Für Gladbach wäre ein weiterer Heimsieg entscheidend, um nach dem glücklichen 1-0 gegen Union Berlin wieder etwas Stabilität zu gewinnen. Ein Erfolg gegen Heidenheim könnte Seohane zumindest kurzfristig den Rücken stärken und den Fohlen den nötigen Schwung für die kommenden Wochen geben. Sollte jedoch eine weitere Niederlage folgen, könnte es richtig ungemütlich für den Schweizer Trainer werden. Die Frage, die sich viele Fans stellen, kann Gerardo Seohane das Ruder noch herumreißen? Hat er die richtigen Antworten gefunden, um Gladbach wieder auf Erfolgskurs zu bringen? Oder droht der Borussia ein Trainerwechsel, wenn die Ergebnisse nicht bald stimmen? Was denkt ihr? Ist Seohane noch der richtige Mann für Gladbach? Oder seht ihr den Verein bald auf Trainersuche? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren wissen. Führung gegen die Jaffee